Oh Okay Ey 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 Bruder Das ist der Tod Hallo Bruder Bruder Woher hast du deine Jeans Bruder Okay 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 was habt ihr hier gefeiert was war das hier Junggesellenabschied Swaggy Bist ein richtiger YOLO Typ Ähm Sorry Hallo Okay ich glaube das macht jeder wahrscheinlich an meiner Stelle oder oder bin ich der Einzige Also wenn ich der Einzige bin dann denkt bitte nicht böse von mir Nefrodit Oha Hä Doch das ist ne Ratte Ne das ist Was bist du Doch du bist ne Ratte Du bist auf jeden Fall ne Ne Ratte Eieieieieieiei Was ist das Das ist unfassbar So Wunderschön Das war nicht nötig Bruder mir ging es gut ich brauchte kein Herz was ist mit inni jetzt Boah Bruder das ist so ekelhaft Das ist unglaublich einfach Kein Pfand habe ich doch gesagt und die haben es damals mir nicht geglaubt So gehen wir weiter Hier war die Ratte irgendwo Hm Snatka Ein Elch das kennen wir ja Kräuter So aber weswegen sind wir hier Treffen wir was denkt ihr Okay Das wird einfacher Okay das wird einfacher Will er mich verarschen die anderen Schlüsse sind doch auch kaputt gegangen Da hat jemand gepinkelt hier Dich kenn ich du 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 sahst damals richtig scheiße aus Wegen der Greife Du bist richtig gemein Wenn man auf dich schießt da kotzt du Ah Kann ich wegschmeißen Ha Ey Kotz Kotz Du ekliger Das ist das Leben Boah Was hast du alles gefressen Okay Wenn ich dich abknalle Oh ja Kotz mich voll Ein richtiges Kunstwerk Tower 7 2 und 9 Okay wir schauen bei dem Bruder vorbei Ey Du kommst mir bekannt vor Boah Ist das eine Verwüstung Wirklich krass Das sieht aus wie diese Teilchenbeschleuniger Kennt ihr das aus der Schweiz Sind wir in der Schweiz vielleicht Sieht schon heftig aus einfach Okay die Ampel funktioniert nicht Wir schauen hier weiter Was ist Oh der Bruder da oben guck mal Der chillt auch mit seinen langen Fingernägeln Ah ja ja die brauchen alle ein bisschen Beauty Hier ein bisschen Make-up Warte 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 wo bin ich Oh Was ist das Gibt es ja eine Taschenlampe Das sieht aus wie dieser schleimige Typ Alter Okay ich gehe hier raus lieber Sieht auf jeden Fall nicht nach etwas aus wo ich hier sein darf Okay Bleibt alle ganz locker ja Entspannt euch ein bisschen Nur weil ich eine Knarre habe Heißt das nicht dass ich der Bösewicht hier bin Okay hier waren wir Dann gehe ich mal davon aus Dass ich auf die andere Seite muss Ah Maschallah Okay geht das auf Oh Oh Bruder du brauchst Tick-Tack Du brauchst auf jeden Fall Tick-Tack Tick-Tack Geh mal runter Oh sorry Oh da ist doch was Gib mir das Geier Oh Ich wusste dass du was versteckst einfach Aha Wusste ich doch Guckt euch das an Tja Ah Bruder Ob was ist die Gefahr Habe ich doch gesagt ich bin ein Profi Warte ich brauche eine Knarre Was wenn gleich so ein Typ kommt So ein Perverser Irgendwas mit Aschenbeche Was für eine Marke war das eigentlich Der gute alte Tabatsch Ich glaube ich bin hier fertig Ich muss noch Jungs ganz ruhig Wusste ich Bruder wusste ich Iron Man is coming Wo ist mein Kostüm Okay die Gehirne Was passiert jetzt damit Was ist das Ist das eine Organspende hier Warte Sie müssen zusammenpassen So Oh 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 Hallo Also Ah Ah Ja Okay Okay Ich hoffentlich habe ich Alles richtig gemacht Oh 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 War ich das Was Jungs Das ist eine Party Oder wo sind die Bitches Okay Ich komme runter Alles klar Das ist ja hier aufregend Das ist gespannend Oh Schleimparty Von der Liebe Von der Liebe zum Detail Die Menschen wollten Anderen was Gutes geben Guck mal wie echt das aussieht Also danach kann ich Bestimmt nicht ruhig schlafen Alter Es trauft und schleimt Voller ekligen Kacke Also ich weiß gar nicht was wohin gehört Also wer ist was hier Was bist du eigentlich Wer bist du Siehst aus wie mein Penis Nach der Beschneidung Du bist ein Pilz Kann man mit dich rauchen Was kann man mit dir machen eigentlich Du bist so ein wunderschöner Wunderbarer Pilz Aber ich komme zu dir nicht zu nahe Ich habe Prometheus gesehen Und Alien Ich vertraue dir nicht Bruder Auch wenn du süß aussiehst Du siehst wie dieser Kaktuseis aus Guck mal wie niedlich alles ist Das ist so richtig niedlich Ist voll süß Hier könnten Kinder spielen Das könnte ein richtiger Spielplatz sein Hier rumkleidern und alles Eieieiei Ihr seid süß Da sind irgendwelche Muskeln Irgendwie so Schleim Wunderschön Richtige Weihnachten hier Nur der Grinch fehlt bleibt Okay wir gehen zu der Tür Oh Das wollte ich nicht Warte So also Sorry ja Okay Party Light Bling bling Und die Telefon zähle ich hier immer noch So Ich habe es gehört Das Hörte sich nicht freundlich an Ich wette mit dir Ich wusste es Den Typen kenne ich Er kommt rein Der packt ihn Und frisst ihn auf Okay Die Frage ist Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit Dass der ihn packt Also der kann auch hier dazwischen gehen Und dann kann er mich fressen Und der sieht auf jeden Fall nicht schlau aus Also der sieht nicht so aus Als hätte er die Hauptschule bestanden Und ich komme aus seiner Hauptschule Ich weiß dass es auf jeden Fall Ein Sonderschüler ist So Wir versuchen das Ne warte man Wir machen es schlauer Wir machen es schlauer Ich muss hier stehen So jetzt pass auf Jetzt pass auf Ah The show goes most gone Bleibt nach Komm her party Komm her baby Komm 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 Also wenn er jetzt durch geht Komm 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 Oh Wer hätte das gedacht Es tut mir leid Okay wir sind hier durch Ah sind das schöne Details Guckt euch das an Ich weiß nicht Ich weiß ich weiß eigentlich nicht Wie ich damit umgehen soll Also meine Synapsen sind auf jeden Fall Alle super glücklich gerade Guck mal Alleine an solchen Locations Hätte ich mit meinen sieben oder acht Jahren Einfach stundenlang verbracht Weil es mich einfach fasziniert hatte Was hier Das ist so krass Das ist einfach heftig Diese ganzen Details Okay hier können diese Schleime sind Da sind die schon wieder Diese ekligen Schleime Immer müssen die überall unterwegs sein Wenn ich hier stehe Ist das gefährlich für mich Okay Boah Okay Der sieht auf jeden Fall gierig aus Also im wahrsten Sinne des Wortes Ein gieriger schleimiger Schimmelpilz Okay Okay Danke Danke Vielen Dank Oh ein Stativ Ein Kamerastativ Ach du scheiße Ich glaube der hat Bauchschmerzen Okay Jungs Ich weiß nicht was das hier wird Aber es sieht auf jeden Fall nach Spaß aus Mach auf Ich schwör's dir Ich fühle mich gerade Okay 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 Boah habe ich gerade Angst gehabt Bruder der Zug fährt schon Du bist zu spät Nimm mal einen anderen Hallo Geht's auch ein bisschen freundlich Ja Eieieiei Eieiei Oh shit Oh shit Ich muss ich da durch Wirklich Oh man oh man oh man oh man Oh man Ja Müssen wir durch Müssen wir auf jeden Fall durch Bruder Ich war's nicht Ich hoffe der ist nicht sauer Oi 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 Scheiße ich habe Angst Lauf lauf Okay Boah das Entladen muss man noch lernen Zwei Protonen habe ich noch für dich Komm zu mir Komm zu mir Mit dem Kauf bitte lächeln Warte Bruder Wie viele Protonen hatte ich noch Scheiße Alter Habe ich schon gerade gehabt Warte Scheiße Warte Warte So Bruder Habe ich ihn getötet Bruder hat er mir Angst eingejagt Ist er das Blatt wer Was soll die Scheiße Alter Boah ich habe gerade wirklich die Angst meines Lebens gehabt Ich schwöre es das ist nicht so Das ist kein Spaß hier Okay Aber Okay ich frage einfach nicht Ich gehe einfach weiter Wobei mich dieser Raum einfach interessiert Aber ich weiß nicht ob die Maschine mir schadet Alex Ich glaube das ist ein Kombination Du bist mein Freund Ich will sehen wie das alles funktioniert Geil Warte 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 Interessant Irgendwas muss ich hier aktivieren Hm Die müssen sich alle Sie müssen sich Irgendwann berühren Das sieht echt krass aus Da leuchtet es Da hier leuchtet es Und nur ein paar kann ich blau machen Wer hätte das gedacht Was kriege ich jetzt Wird er nicht schleimig ist Ja schon wieder arm reinstecken oder Und auch hier Aber ich brauche Geld Unfassbar Ich wollte meine Waffe aufmachen Kriege ich die zurück Ja ja Okay Die Maschine kommt öfters vor oder Ja Okay dann gehen wir Da 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 Das ist meine Die beste Waffe Damit hat jeder Angst vor mir Zack 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 Wie damals im Gefängnis Als ich zwei war Okay wegschmeißen Ja hier versteckt auch bestimmt keiner Geld Guck mal Superkleber Wie damals in der zweiten Oh Oh Okay Muchachos grazie Was wollt ihr noch mehr Das Auto kenne ich Riga Okay Bruder ihr seid zu viel Hier Das richtige Versammlung Klassentreffen oder was Okay Wenn ich leise bin Wenn ich leise bin Dann vielleicht tut ihr mir nichts Aber euch alle umzugehen Macht mir auch kein Spaß Da der hat einen Arm Okay Okay Wow Scheiße alter Wohin Wohin Scheiße Ist so passt Madre summe Verrückter Mongo Jungs Das könnt ihr mir doch nicht andern Die Tür hat sich erst geöffnet Als ich schon fast tot war Boah Meine Eier Alter Zwei Millimeter geschrumpft Alter Eieieie Noch einer Okay Da hinten ist keiner Also kann ich auch Action mal machen Man Chicken Wink Richtiger chicken Uncule bro Das geht gar nicht Dass du mich hier so anmachst Warte Hier war ich schon Hä War ich hier Nein Ich war hier nicht Boah Das ist echt viel Gerade Nie wucherdit Ja Nie wucherdit Steht hier Aber куда bleibt Nie wucherdit Das geht ja mit Hand ab Alter Ich habe vier Patronen Dafür verschwendet Schon wieder Schleimparty Hier Aber voll süß Ich mag das Auch die Farbwahl Boah Ich hatte wirklich Schiss Gerade Ich hoffe Ich habe kein Pipi In die Hose gemacht Okay Okay Warte Da war Mr. Krebs Gerade Habt ihr das gesehen Jungs Okay Okay Ai 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 Muchas gracias Mutata Ai 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 Guck mal die Kerzen an Was machen wir jetzt Jungs Bier so passt Das ist Was machen wir Ich denke mal Wir gehen rein Okay Habt ihr das gesehen Okay Macht Macht jemand ein Foto von mir oder so? Auf Foto? Wir gehen weiter. Wow du kleine Kakerlake! Oh mein Herz alter! Das kann doch nicht wahr sein Bruder! Was denkst du dir? Wer deine Mutter ist? Boah hat er mir Schreck eingejagt schon wieder. Puh! Ich muss in der Mitte des Raumes stehen. Alles klar. Boah habe ich gerade Schiss bekommen. Das wird ja immer hier zu kurioser. Oder wie kann man das auch erklären? Jetzt habe ich mein Feuerzeug hier vergessen. Guck mal diesen Schleim die Teller an. Eieieieieiei Bling Bling Party Light ne? Was kann ich euch noch sagen? So sieht die Midlife Crisis heutzutage aus. Wir gehen auf die 40er und spielen Half-Life 3. 2024. Wer hätte das gedacht? Yeah yeah. Noch ein Beat drunter schmeißen und ich kann rappen und reimen. Okay. Hörst du nichts über Dad? Oh nein nein. Nein. Das kenne ich von Resident Evil, von Half-Life 1. Guck dir an! Ist das niedlich! Ist aber kein Haustier. Würde ich nicht weiterempfehlen. Okay. Wie sieht es bei mir gesundheitlich aus? Hä? Zwei Herzen nur? Ja okay. Einmal wurde ich getroffen. Von so einem Chicken Nugget hier. Das wäre ein gutes Produkt für McDonalds eigentlich. Gutes Fleisch. Und das wäre auch nicht zu schade zu essen eigentlich als Nugget. Oh der hat doch was. Was hast du für mich? Oh Bruder. Warte. Kannst du dich beruhigen? Ist noch nicht... Richtiger Troutran. Guck mal. Ja wir haben es verstanden Bruder. Aber muss ich da rein? Nein ich denke mal nicht. Okay. Ah! Drehen wir runter. So. Was gibt es hier? Was ist hier? Natürlich hier ist nichts. Hier nur ein Karton. Wir kontrollieren alles schnell. Oh meine Hand hat gerade vibriert. Pizza. Okay. Okay. Das sieht hier auf jeden Fall anders wild aus. Okay wir gehen jetzt weiter. So viel Liebe zum Detail. Ist das nicht faszinierend? Hä? Da sieht hier schon nach Harry Potter aus. Das ist schon auf jeden Fall Herr der Ringe Style. Nur ich glaube das ist, wisst ihr, das Ende. Das ist nicht nur... Nein. Ja. Was ist das nicht noch mal? Vielen Dank.